Eagle Eye Networks ist weltweit die Nummer 1 bei der Bereitstellung von echter Cloud-Videoüberwachung und künstlicher Intelligenz, die Unternehmen effizienter und die Welt sicherer macht. Zehntausende von Unternehmen in 90 Ländern haben ihre Videoüberwachung auf das Eagle Eye Cloud WMS umgestellt, um eine erhöhte Datensicherheit, eine zentrale Verwaltung und einen ortsunabhängigen Zugriff zu gewährleisten. Und die offene True Cloud Plattform von Eagle Eye Networks bietet mehr als nur Sicherheit. Sie optimiert den Betrieb und verbessert den Kundenservice, während Unternehmen Zeit und Geld sparen. Die Branchen, die von der Cloud-Videoüberwachung profitieren, sind zahllos und die Anwendungen unendlich. In der Logistik zentralisiert das Eagle Eye Cloud WMS die Ansichten von Lagern auf der ganzen Welt und versorgt das Management mit der nötigen Business Intelligence, um Abläufe zu rationalisieren, Haftungen zu reduzieren und Kosten zu senken. Läden und Restaurants verbessern ihre Abläufe und reduzieren den Warenverlust mit der Point-of-Sale-Integration. Videoanalyse gibt wertvolle Einblicke in das Einkaufsverhalten, intelligente Verkehrsführung und mehr. In Büros verbessern Integrationen mit Zutrittskontrolle und Analytik, wie zum Beispiel Nummernschilderkennung, die Sicherheit und das Kundenerlebnis. Körpertemperaturscreening in Schulen und kontaktlose Gebäudeeingänge in Hotels dämmen die Ausbreitung von Krankheiten ein und schaffen eine gesündere Umgebung für alle. Unsere offene API ermöglicht die nahtlose Integration mit tausenden von unternehmenskritischen Anwendungen und macht Eagle Eye Cloud WMS zur einzigen Plattform, die robust genug ist, um mit ihrem Unternehmen zu skalieren. Und Eagle Eye Networks entwickelt kontinuierlich Innovationen, die über feststehende Kameras hinausgehen. Wir liefern Körperkameras für die Kontrolle von Menschenmengen in Stadien, mehr Sicherheit, Risikomanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Zulieferpersonal und Arbeiter in regulierten Branchen. Der Aufbau von Smart Cities und des öffentlichen Nahverkehrs verbessert die Sicherheit und das Erlebnis von Einwohnern und Touristen und senkt die Wartungs- und Betriebskosten. Die Videoüberwachung in der Cloud bietet Ihnen Flexibilität, Cybersicherheit und Zugriff auf Suchfunktion, Anzeige und Freigabe von Videos von jedem Gerät aus, jederzeit und überall. Eagle Eye Networks Fokus auf die Kunden und das Engagement für Innovation schaffen eine Grundlage, die das Unternehmen zur weltweiten Nummer 1 in der Cloud Videoüberwachung gemacht hat. Beteiligen Sie sich an der Revolution mit Eagle Eye Networks. Intelligente Videoüberwachung für heute und morgen.